Jumit, das muss jetzt sein. Ach komm, bitte. Ich hab hier was gefunden, falls jemand das braucht. Alter. Ich glaub's nicht. Das hat ihm nochmal ein Zell gegeben. Unfassbar. Hat er sie? Und ich bin tot. Und ich steh hier rum. Das kann einfach nicht wahr sein. Digga, ich glaub es nicht. Es knallt ihm eiskalt nochmal den Scare rein. Ich komm, ich komm. Hier. Scheiße, Alter. Oh, der hat sich erwischt. Es ist echt nicht mehr witzig, dieser Müll. Wenn das jetzt nicht dieser verfickte Dings war, Alter. Und war der nicht, ne? War er nicht, ne? Nee, das war's wirklich nicht. Ich mich von innen heraus. Oh ja, genau die. Krass die Piste, die... Ja, Alter. Du hast... Hast du's gefunden? Er hat vor allen Dingen seinen Tod fast gefunden. Bruder. Pfand wegbringen und zappen, das ist fliechig. Jetzt hat Max die Bügel raus. Jo, ey, es tut mir so leid an die, an die einzelnen Zuschauer, Alter. Die, die auch sich zu Tode erschrecken. Ja, ey, da wird's das Reft drin sein, weil hier ist es. Wenig, Alter. Was ist denn, oder was ist denn? Wer ist impotent? Wer ist impotent? Oh mein Verfi... Der, der verfolgt mich. Hat sich weggezogen. Jawoll, Max, ich mach'n Clip. Geil.